Grundsätzlich war es ein ganz gutes Spiel von uns. Man hat am Anfang gemerkt, dass wir ein bisschen eine Zeit brauchen, um reinzukommen. Aber in guter alter Manier haben wir ganz gut verteidigt. Bisschen bitter, dass diesmal die Eckenabwehr nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, das waren vermeidbare Gegentore. Aber allem in allem haben wir das eigentlich echt ganz gut gemacht und bis zum Ende ganz griffig und gut verteidigt. Ja, wie schon gesagt, in unserer Verteidigung, da kann man auf jeden Fall aufbauen. Also ich glaube, es ist schon relativ schwer, gegen uns ein Tor zu schießen. Ja, wir wissen aber auch ganz genau, dass für eine Olympia-Qualifikation auch mehr dazugehört. Und das ist unser ganz klares Ziel morgen, dass wir am Ball besser sind, uns mehr Chancen kreieren, die eine oder andere Ecke und dann morgen den Sieg einfahren. Ja, wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Jetzt beginnt sofort die Regeneration mit Eisbad, Massagen und dann bereiten wir uns schon auf das Spiel morgen vor. Wir werden, glaube ich, taktisch ganz gut eingestellt werden und ja, wir werden morgen wieder einen Kampf zeigen und schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ja, wir werden, was am Ende dabei rauskommt. Vielen Dank!